Nach der Gefangennahme des Königs und dessen Absetzung endete also die Monarchie in Frankreich und damit endete auch die erste Phase der Revolution und es ging dann über in die zweite Phase, die man von 1792 bis 1794 ansetzt und in dessen Verlauf es ja auch zur berühmten Terrorherrschaft von Robespierre gekommen ist. Schauen wir also mal, wie diese Phase sich entwickelt hat. Zunächst einmal, ja, und am 21. September 1792 kommt es dann zur Wahl eines neuen Nationalkonventes und zur Ausrufung der Republik ist ja klar, ohne Monarchie ist man ja auch keine Monarchie mehr. In dieser Nationalversammlung ist es immer noch so, dass die radikalen Kräfte in der Minderheit sind. Jakobiner und Girondisten haben sich in der Zeit gespalten, also sie waren zwar nie eine Parteiung oder wie man es nennen mag, aber Jakobiner und Girondisten gehörten ja noch im ersten Nationalkonvent zusammen zur Berggruppierung, zur Bergpartei. Hier ist also eine Trennung zu sehen, 120 Jakobiner etwa, 200 Girondisten und 429, die man im Grunde einer Mitte zuordnen kann, die also weder jakobinisch noch girondistisch waren. Und natürlich stellt sie sich jetzt die Frage, was macht man mit Ludwig XVI? Jetzt hat man diesen Monarchen gefangen genommen und hat die Republik ausgerufen und ja, was macht man jetzt eigentlich mit ihm? Und vor allen Dingen hat man ja auch belastendes Material gegen Ludwig XVI gefunden, also Korrespondenzen mit revolutionsfeindlichen Kräften und deswegen machte man ihm ab dem 11. Dezember 1792 den Prozess unter dem Vorwurf des Hochverrates. Ludwig II. wurde im Dezember zweimal vorgeladen, um sich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Im Übrigen wurde diese Anklage nicht gegen Ludwig geführt, sondern gegen Louis Capet, seinen bürgerlichen Namen. Das zeigte eben auch die Abneigung der Revolution gegen die Monarchie. Am 14.1. wird Ludwig für schuldig befunden und am 16. bzw. 17.1. stimmt man dann über sein Todesurteil ab. Für dieses Todesurteil findet sich eine Mehrheit und diese Hinrichtung wird ohne Aufschub umgesetzt, und zwar schon am 21.1. 1793. Und damit kam es jetzt erstmals eben dazu, dass ein gesalbter König vom Volk hingerichtet worden ist und klar war, dass das jetzt natürlich auch Schrecken hervorrief bei den anderen Herrschern im Ausland und es war klar, dass dieser Koalitionskrieg sich ausweiten sollte. Aber interessanterweise sind es nicht die anderen, die den Krieg erklären, sondern Frankreich erklärt den anderen den Krieg. Am 1. Februar England und die Niederlande, die zusammengearbeitet haben und im März dann Spanien, sodass man jetzt mit England, Niederlande, Preußen, Österreich und Spanien im Grunde gegen Gesamteuropa einen Krieg geführt hat. Am 10. März 1793 wird dann das sogenannte Revolutionstribunal errichtet. Das war ein Gerichtshof, auf dem man eben all jene vorgeführt hat, die, ja, gegen die Revolutionären konspiriert haben. Das war ein wichtiges Mittel später für Robespierre in seiner Terrorherrschaft, eben dort alle hinzuführen, die gegen ihn waren, gegen die Jakobiner und man ließ sie dann eben per Gerichtsurteil hinrichten, beziehungsweise guillotinieren. Am 11. März 1793 beginnt in der Vendée ein Aufstand von Royalisten gegen die Revolution. Dieser Vendée-Aufstand hält sich bis Oktober 1793. Er wird dann weitestgehend niedergeschlagen, wenngleich nicht vollständig. Aber man sieht eben auch, dass es je nachdem, wo man in Frankreich ist, nicht alle so stark hinter der Revolution stehen. Man muss ja immer auch bedenken, die Ereignisse, die hier stattfinden, finden ja fast alle in Paris statt. Und Frankreich war natürlich mehr als nur Paris, aber eben hier zeigt sich, dass die Revolution nicht überall so stark war wie in Paris. Es kommt dann am 6. April 1793 zur Gründung des Wohlfahrtsausschusses. Das ist ja auch ein wichtiges Organ in der Herrschaft von Robespierre gewesen. Zunächst einmal war dieser Wohlfahrtsausschuss nichts anderes als ein Kontrollorgan für den Nationalkonvent. Aber er wurde später eben umgewandelt. Ende Mai findet dann etwas statt, was die Wende hin zum Terror ebnen sollte. Am 31. Mai bis zum 2. Juni fand ein Aufstand der Sansculotten statt. Das waren die Handwerker in Paris. Ihnen ging es eben darum, Festpreise, also Preise festzusetzen und dergleichen, also die Wirtschaft nicht so freizulassen, wie sie ist, sondern zu beschränken, eben aufgrund der schlechten Situation. Das wollten die Girondisten nicht. Die Sansculotten machten eben die Girondisten dafür verantwortlich, dass es wirtschaftlich immer noch nicht gut lief, dass es ihnen schlecht ging. Und so wurden die Girondisten am 2. Juni entmachtet. Und an die Stelle der Girondisten traten jetzt die Jakobiner und es wurde am 24. Juni eine neue Verfassung verabschiedet, eine eben für die Republik. Allerdings trat diese nie in Kraft. Man hat zwar ein Modell entwickelt, man wollte eben aber noch ein Plebiszit durchführen, also eine Volksbefragung. Aber diese Volksbefragung sollte erst dann auch stattfinden, wenn man den Koalitionskrieg beendet hat, wenn also auch Innen- und Außenfrieden herrscht.